Hanna Weick, so feierte sie ihren Junggesellinnenabschied. Jörn Schlünfeucht und Hanna Weick wollen sich am 28. Juli das Jahr Wort geben. Wie der Schauspieler gegenüber Bild gestand, habe das Paar absichtlich unterschiedliche Informationen zur Lokation gestreut, um die Fans zu verwirren. Trotzdem ließ die frischgebackene Mama Hanna ihre Fans nun an ihrem Junggesellinnenabschied teilnehmen, zumindest über Instagram. Nach einer Bootstour fuhren die Frauen in ein Hotel, um es sich in einer Suite richtig gemütlich zu machen. Dort entspannten sie sich in ihren Morgenmänteln, tranken Sekt, aßen Sussi und führten typische Mädelsgespräche. Ich habe die besten Brautjungfern der Welt. Ich hatte einen wundervollen Tag mit meinen Mädels, freute die bald Ehefrau sich anschließend. Ob Jörn seinen Jahr wohl noch vor sich hat? Auf Wiedersehen. ح toe hinmatert. 1997. 1810. 191. 188. 1898. 19 prochainально. 1900.